Okay. Tico, jetzt wo wir hin müssen, Luidli. Luigi? Ja. Ähm... Du musst jetzt sein... Ja, Mario, ist okay. Ja, es ist okay, Zoe. Ey, fick dich, du Zombie. Geh sterben, Mann. Geh sterben. Los, wir püten in die hellen Henne. Cool. Da oben ist falsch. Ach, wir fahren von da oben? Also, du bist... Ich glaub, wir sind meinen Weg gegangen. Ja. Hallo und so. Ja, schön. Bam. Ja, er starb. Cool. Yay. 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 Yay, Viecher, komm. Ja. Nadelvögel. Ja, super. Ich mag die Viecher. Ich mag nicht die dummen Viecher kloppen. Das gefällt mir irgendwie nicht. Weil die Zombies kommen? Nein, weil es so dunkel ist. Und weil es keine Truhen gibt. Zombie, gib mir eine Truhe. Los, kotz mal was Bescheides aus. Der hat keinen Bock. Da ist ja noch einer. Hey, du. Ja, genau. Dich meine ich. So wie du aussiehst, bist du ein Zombie. Eine Kiste. Mit Heilkraut bestimmt. Ja, aber klar. Da fängt sie an zu fauchen. Ich hab nicht gebraut, ich hab geatmet. Das klang aber wie ein Fauchen. Okay, fauchen würde so klicken. Hey, hey, du. Ja, genau, und ich meine ich. Yeah, wir haben Samen. Wir sind nicht mehr important. Die will ich mal angucken. Wo sah der denn jetzt aus? Der ist gar nicht im Inventar vorne. Naja, dann. Ich habe einen Samen. Warum hab ich da eigentlich jetzt keinen Samen? Das ist voll... Jetzt gleich können wir alle Leute pennenlegen. Ist sowieso nachts. Sie müssen schlafen. Hier, die Kleine. Hier nicht, aber die Kleine, damit wir böse Sachen machen können. Oh. 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 Komm zurück. Habt ihr mit Don Perigon gesprochen? Nee, wir haben nicht mit dem Wein gesprochen. Nein, schaut. Oh. Oh. Wirst du zu. Eliexra. Rocky. Ich bin für Rocky. Ok, überlässt es du mir. Elegts reinheitlich irgendwie an Mo. Ah, Jumur-Attacke. Jomo-Attacke Das war schön Das Geräusch, wie die verreckende Katze Alle pennen sie Stand da gerade loil? Nee Interessant Ja, gut, danke Lebenswasser halten Du musst Was verstauen Was brauchen wir denn nicht in unserem Inventar Ich würde sagen, wir brauchen den Sternen Was ist Sternenkraut? Was ist denn weggegeben? Ach Traumkraut, okay Was, wieso? Wir haben einen neuen Lebenswasser Können wir eins weglegen? Nee Wir können natürlich nur alle weglegen Das ist super Aber jetzt kannst du das wenigstens aufheben Wo die Kiste verschwindet Was in der anderen? Fick dich Lebenswasser Was? Wo ist das Baumwandel denn jetzt hin? Bestimmt verstaut Ja Ich muss doch das Lebenswasser mitnehmen Ja Moment Ich krieg das hin Yay Jetzt gucken wir uns diesen Samen an Das wäre toll Pflanzen für ein Item Wow Wow, wir haben einen Samen Warum sind wir? Ich will mich heilen Können wir doch hier bestimmt Ich meine, hier ist kein Gegner mehr Stimmt Komm, lass uns ficken gehen im Bett von mir Ich hab ein Bett Willst du es mal sehen? Ja, wir sind jetzt erstmal hier Ähm Wie viel Glück für was? Äh, ja Und nun? Hm Ist das hier nicht dein Zimmer? Weiß ich nicht Wie was geht? Ich glaub wir müssen den Wind wieder an Machen Da unten, ne? Ja Ich will mein Zimmer Wie, was? Geh du Fettsack Geh aus dem Zimmer raus Der hat seinen Schrank Nach Unterwäsche durchsucht Ähm Ja, das sind alles komisch Warum? Boah, die sind so schwach Warum hätten wir die einfach so Von Anfang an Die Leute hier stürmen können Ich habe keine Ahnung Damit wir leveln Guck mal, keinem Weg Wir sind da rein Wollt's da Keine Hier ist eine goldene Statue noch Ach Wir speichern hier Ja Und wir spielen weiter Was cool ist Ja Okay Okay Mama mia Superlande Ich bist Ich hatte Kucku Ich bin schneller Na und? Haha Shit Shit Und nun? Tja Tja Und nun Soi? Wie lange willst du das eigentlich versuchen? Hi Hey Mein Kopf geht nicht mehr Ah gut Cool Cool Wofür sind wir jetzt hier runtergekommen? Um dir den Weg zu verschwören Hier, komm ich durch Ey Schneller Nein, das ist so gar nicht Schneller Nein Schneller Wer ist da unten? Schneller Toll Wer ist da? Ne, guck mal Ich bin direkt bei dir Siehst du? Schneller 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 Das ist unfair Du bist ja auch ein fetter Dieb Ich bin kein fetter Dieb Ich bin voll schlank Nein, du bist fett Nein Doch, fett mit P, H, L und Doppel T Cool Das hat gerade hier geklingelt Ich werde nicht aufmachen Aha Viel Glück für was seid ihr alle? Spaß Hallo Hallo Das muss ja doch geben Fick nicht besser Entschuldigung Hier waren wir schon Ich bin vielleicht hier schon mal runtergegangen Das ist der Eingang Der ist jetzt nicht wirklich Ich habe dir uns dann die Items gegeben Hör mal auf da rein zu gehen Das bringt aber nichts da, wo du hingehen tust So, hier ist nur wieder da, wo wir schon waren Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.